MQTT. Manchmal ist es der Fall, dass ihr Sensorwerte generieren wollt, aber keine Auto-Discovery-Funktionen im Home Assistant habt. Allerdings ein Add-on oder ein Sensor euch Werte liefert, und zwar über MQTT. Wie ihr das Ganze integrieren könnt als Sensor und sogar auch Werte setzen könnt, beziehungsweise Optionen dort selektieren könnt, das möchte ich mit diesem Video mit euch zusammen durchgehen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Smart Home & More. Mein Name ist Tobias Lerch und im heutigen Video, wie schon eingangs erwähnt, möchte ich mit euch das Thema MQTT-Sensor und MQTT-Select behandeln. MQTT ist ein Protokoll, welches eigentlich häufiger auch von Sensoren verwendet wird, um Telemetriedaten, Temperaturen, Zustände zu übermitteln. Und diese Informationen, die wollen wir in Home Assistant verarbeiten. In einigen Fällen gibt es Auto-Discovery-Funktionen, wo automatisch dann auch Entitäten und Sensoren generiert werden bei Home Assistant. Aber es gibt auch viele Fälle, wo das nicht der Fall ist. In meinem letzten Video habe ich euch EVCC gezeichnet und die Grundinstallation und EVCC zum Beispiel stellt zwar sehr viele Informationen, Zustände und auch selektierbare Optionen zur Verfügung, allerdings nur über MQTT. Was brauchen wir jetzt dazu, um das Ganze durchzuführen? Zunächst einmal kann ich euch empfehlen, ein Tool zu verwenden, was es uns erlaubt, diese Messages mitzulesen, um die Topics zu sehen, um unter Umständen Payloads zu sehen, also das, was dort in diesen Topics enthalten ist, damit dann wiederum unseren Sensor zu bauen. Weil diese Informationen helfen uns dabei, genau das umzusetzen. Dafür verwende ich ganz gerne das kostenlose Tool MQTT Explorer. Ich werde euch das auch noch verlinken. Und das gibt es sogar als Add-on unter Home Assistant. Das werden wir also als allererstes installieren. Der zweite Schritt ist dann, aus diesen Informationen und in Kombination jetzt mit unserem Beispiel EVCC, da könnt ihr natürlich aber auch ganz was anderes verwenden, uns dann ein, zwei Sensoriken, wir werden wohl zwei machen, zwei Sensoriken zu erstellen als Beispiel. Mich würde es schon interessieren, wenn ihr zum Beispiel das Projekt EVCC verwendet und dann eure eigenen MQTT Sensoren generiert habt, ja, dann stellt mir die doch gerne zur Verfügung. Ich kann sie dann auch veröffentlichen auf meiner Blogseite. Ihr müsst es verstehen, jetzt alle Entitäten bzw. alle Messages dort jetzt zu exportieren und zur Verfügung stellen, da fehlt mir schlichtweg die Zeit zu. Also hier könnt ihr mir jetzt auch ein wenig helfen, weil ich würde, glaube ich, auch viele der Sensoriken verwenden, werde sie mir bestimmt auch nach und nach anlegen. Aber mir geht es jetzt darum, euch zu vermitteln, wie man das überhaupt selber gestalten kann. Dafür brauchen wir als allererstes also dieses Add-on MQTT Explorer. Das finden wir unter GitHub und werden das jetzt gemeinsam installieren. Auf dieser Seite, die ich euch auch verlinken werde, findet ihr die Beschreibung, wie diese Installation vonstatten geht. Wichtig für uns ist es, dass wir diese Adresse, die jetzt hier angegeben ist, uns kopieren, also diesen Link uns kopieren, weil den werden wir jetzt gleich bei Home Assistant und in unserer Home Assistant Instant benötigen. Als nächstes begeben wir uns zu unserer Home Assistant Instant, unter Einstellungen, Add-ons und Add-on Store, fügen wir, wenn wir die drei Punkte hier oben andrücken, uns das Repository hinzu, indem wir es mit Ctrl-V einfügen, was wir vorhin kopiert haben, sagen hinzufügen und schließen das Ganze. Jetzt kann ich euch empfehlen, den Store einmal, also die Webseite einmal zu aktualisieren und dann nochmal nach MQTT Explorer zu suchen, also einfach hier oben MQTT einzutippen. Dann taucht alles auf, was damit zu tun hat und man sieht hier sofort auch schon den Explorer. Den installieren wir und während er installiert, schauen wir auch nochmal auf die Webseite von MQTT Explorer. Hier kann man sehen, dass es ein kostenloses Tool ist, was ich meine zumindest für nicht kommerzielle Zwecke, ich weiß jetzt gar nicht, ob das auch kommerzielle Zwecke einschließt, aber werdet ihr bestimmt auch finden. Und ihr seht, es gibt es für Windows, für Mac, für Ubuntu, also Linux im Allgemeinen, also da gibt es alle Möglichkeiten, das heißt man kann es unter eigentlich fast allen Plattformen, die es gibt, installieren und das ist ein sehr, sehr hilfreiches Tool, weil es erlaubt uns, uns mit unserem Broker zu verbinden und unser MQTT-Broker, den wir haben, der wiederum, der liefert uns dann diese Information und kann dann halt visuell hierüber dargestellt werden, sodass wir damit auch arbeiten können. Hier findet ihr also, wie gesagt, die Installationsfiles dazu, könnt ihr also auch auf einem separaten System euch installieren. Ich habe es unter Home Assistant mir als Add-on installiert, weil ich es einfach sinnvoll finde, weil ich doch häufiger mal nachschauen muss und dann muss ich mir nicht immer die Tools zusammensuchen, sondern habe sie gleich in meiner Oberfläche integriert. Wir können das Tool starten, machen uns aber jetzt in der Seitenleiste zunächst noch die Anzeige, also die Symbolanzeige noch mit hinzu und drücken auf Starten. Damit wir jetzt mit diesem MQTT-Explorer arbeiten können, brauchen wir einen Broker und dazu gibt es zum Beispiel diesen M-Moskito-Broker unter Home Assistant, den werdet ihr aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn ihr Zigbee2MQTT installiert habt, schon installiert haben oder auch wenn ihr andere Tools habt, die mit MQTT interagieren. Falls nicht, könnt ihr euch diesen hier installieren und dann halt auch diesen Broker verwenden und mit anderen Tools, TASMOTOR zum Beispiel, bietet auch die Möglichkeit, direkt über MQTT und Auto Discovery an der Stelle mit dem Broker zu kommunizieren. Dann mit der, unter Einstellungen Geräte und Dienste mit dem Add-on MQTT. Also hier habe ich mich vertippt, Integration, also es ist keine Einstellung, sondern MQTT-Integration. Genau, da seht ihr jetzt hier schon, sind bei mir ganz viele die Geräte da. Ich habe jetzt nicht den Moskito-Broker unter Home Assistant verwendet, sondern ich verwende ihn in einer separaten virtuellen Maschine. Das macht aber keinen Unterschied. So, jetzt seht ihr hier aber auch, dass wir auf der linken Seite unseren MQTT-Explorer haben, den klicken wir uns an und wir müssen jetzt hier an der Stelle unseren Host eingeben. Wenn ihr die Home Assistant Instanz mit dem Broker am Laufen habt, könnt ihr hier einfach dann eure IP-Adresse vom Home Assistant eintragen. Bei mir ist es eine andere. Die Adresse gebe ich jetzt hier ein, speichert das Ganze. Wenn ihr einen Username und ein Passwort vergeben habt, was normalerweise der Fall sein sollte, dann tragt ihr den hier an der Stelle ein. Ich habe jetzt für das Video extra mal die Passwort-Funktion deaktiviert. Auch eine Encryption-TLS wäre jetzt hier denkbar und verwendbar. Habe ich jetzt aber in meinem Fall nicht. Wenn ihr das habt, dann könnt ihr das entsprechend hier verwenden. Ihr könnt mir ja mal Kommentare in den Kommentaren hinterlassen, ob das so bei euch funktioniert wird. Ich habe es jetzt selber nicht getestet. Ich weiß aber nur, dass es diese Funktion gibt. So, nachdem wir das also gemacht haben, gehen wir auf Connect. Und jetzt findet ihr alles, was hier mit diesem Broker kommuniziert, dem Moskito-Broker kommuniziert, unter anderem einfach auch das EVCC. Und das werden wir jetzt als Beispiel nutzen, weil im EVCC haben wir zum Beispiel eine PV-Leistung, die jetzt hier gerade bei 2,2 kW liegt. Wir haben auch die Möglichkeit, hier etwas mal einzustellen, also zu setzen, nämlich bei unserem Ladepunkt zu sagen, dass es entweder aus ist, dass es PV ist, Min plus PV oder schnell ist. Mit diesen zwei Beispielen, denke ich mal, kann man schon sehr viel abbilden. Und das spiegelt schon auch das wieder, was in den meisten Fällen halt auch für andere Anwendungsfälle hinreichend ist. Wenn ihr noch andere Ideen habt, könnt ihr das natürlich auch gerne mir noch sagen und hinterlassen. Übrigens, ich habe mich gerade vertan, die Erzeugung liegt momentan bei 0,4 kW und nicht bei 2,3. Wir nehmen gerade aus der Batterie 1,8 kW für die Geräte, die jetzt gerade hier im Haus laufen. Okay, so weit, so gut. In unserem Explorer können wir jetzt auch, also insofern mal uns das anschauen, indem wir wieder auf Connect drücken und bei EVCC, bei Sight, zum Beispiel uns die aktuelle Leistung von der PV-Anlage anschauen. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Hier sieht man übrigens Battery SoC, also State of Charge von der Battery. Und wir suchen allerdings PV. Ja, richtig, PV-Power und das sind jetzt 419,5 Watt. Und die wollen wir uns verfügbar machen. Wenn ihr jetzt da drauf klickt, dann seht ihr hier auf der rechten Anzeige eine Visualisierung auch. Da könnt ihr auf die Historie klicken und seht dann jetzt die Werte, die hier übertragen worden sind. Könnt euch das aber auch im Text hier unten nochmal anschauen. 419,5, 425 mit der jeweiligen Uhrzeit dazu, wann der letzte Wert eingetragen wurde. Wichtig für uns ist allerdings der Punkt hier, nämlich das Topic. Das werden wir nachher aber gebrauchen, weil über dieses Topic können wir uns einen Sensor erstellen. Dazu, um das jetzt durchzuführen, schauen wir uns jetzt mal die MQTT-Integration in Home Assistant an. Auch diese Seite werde ich euch noch entsprechend verlinken. Hier ist auch ein Beispiel, das heißt es fängt mit MQTT-Doppelpunkt an, dann Sensor-Doppelpunkt. Und hier haben wir jetzt einmal Bedroom-Temperature und das Topic. Und dieses Topic, was jetzt hier steht, das ist genau dieses Topic, was wir jetzt hier uns angezeigt haben. Also in unserem Fall wäre es jetzt EVCC-Site-PV-Power. Jetzt gibt es aber noch ein paar Punkte, die wir mit berücksichtigen müssen. Und zwar das Availability-Topic. Dieses Availability-Topic, das sagt uns, das ist dieses hier, dieser Parameter. Ob jetzt Werte da sind, ob das System online oder offline ist und nutzt das auch, um dann die Werte zu updaten. In unserem Explorer können wir genau sowas auch finden, nämlich hier ist das bei EVCC, dieses Topic-Status online. Also das würde ich auf jeden Fall auch mit eintragen. Das, was wir weiterhin brauchen, ist dann auch ein Wert. Und das ist in unserem Fall das Value-Template. Weil wir wissen, wir kriegen einen Watt-Wert jetzt hier und diesen Watt-Wert, den wollen wir uns zugänglich machen. Ebenfalls wichtig ist die Unique-ID. Das braucht man bei Templates auch immer wieder mal. Genau. Habe ich in anderen Videos auch schon mal gezeigt, wie das so funktioniert mit den Unique-IDs. Und diese Unique-IDs, die helfen uns, dass dann das Home Assistant das auch richtig eindeutig zuordnen kann. Also jedes dieser Sensorik bekommt einen eindeutigen Identifier. Und das ist einfach wichtig für Home Assistant, damit er dann in der Home Assistant-Datenbank auch die richtige Zuordnung zu dem Sensor finden und treffen kann. Und dann auch keine Fehlermeldungen angezeigt werden. Das waren so die wesentlichen Punkte, die wir jetzt berücksichtigen müssen. Und ich würde sagen, jetzt legen wir uns einfach den Sensor mal an. Zurück in unserer Home Assistant-Instanz, beziehungsweise ich lege mir jetzt einen zweiten an, öffnen wir uns die Configuration.jammel. Und das könnt ihr tun, indem ihr euch das Add-on File Editor installiert. Wenn ihr das noch nicht habt, findet ihr das unter Einstellung Add-ons File Editor. Und könnt es dann dort, wenn es nicht installiert ist, einfach installieren. Dann erscheint euch, wenn ihr das in der Seitenleiste anzeigt, hier dieses Symbol mit dem File Editor. Da klicken wir drauf und suchen uns als allererstes, ob es schon eine Eintragung MQTT-Doppelpunkt gibt. Das gibt es hier in unserem Fall ganz oben bei mir nach Default-Config. Und an der Stelle werden wir jetzt auch unseren Sensor einfügen. Dazu gehen wir zu dieser Vorgabe, dieses Beispiel zunächst einmal und kopieren uns dieses Beispiel, was wir hier oben hatten, dieses ganz einfache Beispiel hier raus mit Ctrl-C. Wir gehen in den File Editor und fügen das da ein, wo jetzt das MQTT-Doppelpunkt steht. So, jetzt ist das aber kein Sensor, der jetzt hier Bedroom-Temperature ist, sondern in unserem Fall haben wir hier PV-Leistung. Das nächste, was ich gesagt hatte, war, dass wir eine Unique-ID brauchen. Die tragen wir uns also hier ein. Und diese Unique-ID nennen wir jetzt hier EBCC PV-Leistung. Und in unserem Fall ist es Watt. So, und das State-Topic, das war das, was wir vorhin hier bei unserem PV-Power uns hier rausgesucht haben. Hier sieht man jetzt auch schon schön, dass die Werte sich so langsam ändern, wenn das läuft. Das heißt, wir kopieren uns den Topic und fügen uns den hier im File Editor ein. Dann wollen wir daraus ja einen Wert generieren. Das heißt, wir brauchen dieses Value-Template. Und bei dem Template ist es immer so, dass wir mit zwei geschweiften Klammern anfangen. Dann haben wir immer einen Anführungsstrich oben und das Ganze endet mit zwei geschweiften Klammern zu. So, und jetzt müssen wir das Ganze mit Leben füllen. Das heißt, wir wollen einen Wert betrachten, also sagen wir Value. Geben ihm jetzt den vertikalen Balken, weil jetzt eine Funktion noch weiterhin aufgerufen wird. Und in unserem Fall wollen wir einfach abrunden. Das heißt, wir sagen ein, ja nicht E-Ond, sondern wir sagen ein Round. Und wir wollen auf eine Stelle das Ganze kürzen, die Nachkommastelle kürzen. So, und jetzt haben wir auch schon unseren Wert hier drin. Und jetzt sehe ich gerade, da habe ich euch Blödsinn gezeigt. Das sieht man auch ganz klar daran, dass hier diese Anführungsstriche jetzt hier grün sind, aber der Rest jetzt hier wieder schwarz ist. Das heißt, diese Anführungsstriche oben, die gehören immer davor und nicht da rein. Entschuldigt. Gut, jetzt ist es aber richtig. Das nächste ist, jetzt hat das ganze Ding natürlich auch einen Wert, also eine Einheit, eine Maßeinheit oder was auch immer. Und dafür gibt es auch eine Möglichkeit, das schon direkt vorzugeben, dass dann der Sensor auch das Richtige hat. Und zwar ist das die Unit of Measurement. Ja, hier finden wir sie schon, Unit of Measurement. Das heißt, das könnt ihr euch jetzt hier auch kopieren. Unit of Measurement. Korrigieren wir das auch gleich wieder, wo gleich zwei Anführungsstriche waren. Unit of Measurement ist in unserem Fall jetzt Watt. Dann hatte ich noch gesagt, dieses Availability Topic, das brauchen wir auch. Das heißt, Availability Topic. Das wieder in Anführungsstrichen kopieren wir uns hier wieder raus. Und zwar unter Status. Und hier ist es, ist das Topic, was wir uns betrachten wollen. Und fügen das hier ein. So, jetzt sollten wir eigentlich schon alles soweit haben. Wir speichern das jetzt hier ab. Es ist erstmal grün, was schon mal ein ganz gutes Zeichen ist. Gehen wir unter die Entwicklungswerkzeuge und sagen ihm, alle YAML Konfigurationen neu laden. Wenn alles neu geladen ist, können wir unter Einstellungen gehen. Und jetzt, ja, ich gehe nochmal kurz zurück in den Pfeileditor. Wir haben das jetzt PV-Leistung genannt. Also suchen wir jetzt nach dem Sensor PV-Leistung unter Einstellungen, Geräte und Dienste, Entitäten und PV-Leistung. Da ist es schon. Drücken da drauf und sehen jetzt hier 432,4 Watt. Was eigentlich auch dementsprechend sollte, was wir hier im EVCC sehen. 0,4 steht jetzt hier an in KW und wir haben das Ganze jetzt halt in Watt. Also 400 und noch was Watt. Wird richtig angezeigt. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr freuen darüber, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könntet. Und vielleicht aber auch den Kanal abonnieren würdet. Und jetzt gehen wir weiter. Jetzt wollen wir uns noch beim Ladepunkt die Möglichkeit ermöglichen, etwas zu setzen. Also ein Topic zu beschreiben. Da gehen wir genauso vor, aber wir brauchen jetzt eine andere Funktion. Wir haben jetzt die Funktion MQTT-Sensor verwendet. Und was wir jetzt brauchen, ist eine Integration, nämlich die Integration, nicht Funktion, Integration MQTT-Select. Und mit dieser Integration MQTT-Select, das werde ich euch ebenfalls verlinken, haben wir die Möglichkeit, ein Topic zu selektieren zwischen Optionen, die vorgegeben sind. Und wir haben jetzt ja die Optionen gehabt beim EVCC. Aus, PV, Min plus PV und schnell. Das kann man sich jetzt hier auch im Explorer mal anschauen, indem wir zu dem Loadpoint gehen. Und da gibt es, Mode ist jetzt hier in dem Fall off. Und jetzt kann ich euch einfach nur raten, jetzt schaltet einfach mal hier hin und her, dann haben wir auch gleich die Optionen, wie die richtig geschrieben sind. Jetzt steht hier PV. Wenn ich jetzt auf Min plus PV gehe, steht hier Min PV. Und wenn ich auf schnell gehe, steht hier Now. So genau diesen Mode, den wollen wir jetzt setzen. Das heißt, wir kopieren uns hier wieder einmal diesen Sensor hier raus. Hier ist übrigens ein Fehler in dieser Beschreibung, glaube ich, weil dieses Anführungsstrich, das ist inkorrekt. Also kopiert euch das bitte ohne diesen Bindestrich, sondern einfach nur so, wie ich es jetzt hier gemacht habe. So, wir gehen zurück zu unserer Instanz hier von... Jetzt muss ich aber schnell wieder erstmal noch eins kurz ändern, sonst fängt mein Auto jetzt an zu laden. Das möchte ich jetzt gerade nicht. Schalte es wieder auf aus. So, gut. Jetzt zurück zum File Explorer. Also File Editor. Und jetzt gehen wir hier drunter. Und fügen uns hier unten drunter das ein, was wir uns kopiert haben. Das Select. Und müssen das jetzt allerdings noch ein wenig einrücken, damit es auch richtig ist. Das ist zwar wie unter Sensor Doppelpunkt sollte es stehen. So sieht es gut aus. Dann haben wir einen Namen. Das ist jetzt hier. Und das nennen wir jetzt Modus oder Charge Mode vom JOS. Wir vergeben uns wieder eine NewNikID. Und diese in unserem Fall, würde ich sagen, EVCC Charge Mode Select. Da könnt ihr also einen beliebigen Namen verwenden. Als nächstes brauchen wir jetzt wieder den Topic von dem Mode. Das ist das hier. Kopieren uns diesen Topic. Und gehen wieder zurück zu unserem File Editor. Und ergänzen jetzt hier bei Command Topic. In Anführungsstrichen uns den Topic, den wir uns kopiert haben. Und wichtig ist, bei dem Command Topic kommt jetzt die Set-Funktion. Also Slash Set hinten dran. Damit sagen wir ihm jetzt, okay, hier gibt es etwas zu verändern. Also eine Option zu setzen. Welche das sein werden, das werden wir gleich definieren. So, weiterhin brauchen wir dann aber auch den State Topic. Und das ist genau der gleiche, den wir uns gerade kopiert haben. Allerdings ohne Set. Und tragen uns nun als letztes hier die ganzen Optionen ein. Und zwar, zunächst einmal haben wir die Option Off gehabt. Dann haben wir die Option No, war das glaube ich gewesen. Als nächstes fügen wir einfach mit dem Enter die nächste Zeile ein. Und sagen jetzt MinPV, das war nämlich die dritte Option, die wir uns vorhin haben anzeigen lassen. Und als vierte Option gab es noch PV. Das muss ich gerade selber nochmal schauen. Im IBCC, also wir haben Aus. Wir haben PV. Wir haben MinPlusPV. MinPV. Und wir haben Schnell. Schnell ist Now, genau. Also, damit haben wir eigentlich alle Optionen, alle vier abgedeckt. Und können jetzt unseren Sensor wieder speichern. Unsere Configuration.yaml speichern. Gehen auf die Entwicklerwerkzeuge. Sagen alle YAML Konfiguration neu laden. Wir erhalten hier ein grünes Häkchen. Sieht also erstmal ganz gut aus. Gucken jetzt, dass wir uns diese Variable, diesen Sensor, den wir uns angelegt haben, diesen Select Sensor mit dem Namen Charge Mode, ob das Ganze auch funktioniert. Gehen auf die Einstellungen, Geräte und Dienste, Entitäten. Suchen nach Charge Mode. Da ist es. Als Charge Mode ist jetzt aktuell Now gewählt. Und das ist es auch. Und leider lädt er jetzt auch. Das wollte ich ja gar nicht. Das heißt, wir werden jetzt mal auf PV umstellen. Indem wir uns das jetzt hier anklicken. Auf PV. Jetzt seht ihr schon, springt das hier um. Und im UVCC ist er jetzt hier auch auf PV umgesprungen. Und wir schalten jetzt einfach nochmal auf Aus. So, und damit stehen euch jetzt diese Variablen, diese Sensoren, auch in euren Automatisierungen direkt zur Verfügung. Jetzt habt ihr gesehen, in dem Explorer, da sind ja jede Menge verschiedene Informationen drin. Zum Fahrzeug, zur Zeit, also PV, Batteriestatus und, und, und. Das Ganze hat natürlich den Charme, dass ihr euch so im UVCC eure Modbus-Komponenten zum Beispiel einfügen könnt und dann halt die Informationen von diesen Komponenten euch anzeigen lassen könnt im Home Assistant und auch weitere Automatisierung damit machen könnt. Ich habe es jetzt zeitlich nicht geschafft, eine Vorlage zu generieren, wo jetzt auf einmal alle diese ganzen Variablen dargestellt ist. Ich wäre euch aber auch nicht undankbar, wenn ihr mir das mal zur Verfügung stellen würdet, was ihr dann vielleicht daraus macht. Und die Sensoren, die ihr damit dann kreiert, ich werde es ja auch gerne, wenn ihr das erlaubt, dann auf meiner Blog-Seite veröffentlichen. Ich denke, das könnte vielen von euch und uns auch helfen, einfach dann diese Entitäten als Sensoriken bei uns im Home Assistant zur Verfügung zu haben, um diese dann auch für Automatisierungszwecke verwenden zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen darüber, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könntet, aber auch natürlich, wenn ihr mir den Kanal abonnieren würdet. Ansonsten verbleibt mir nur zu sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.